Machs mal einfach! Machs mal einfach! Guten Morgen! Eine kleine Inspiration für Euch. Es gibt und das kennt jeder von Euch Situationen wo ihr genau wisst ihr müsst das noch erledigen. Das ist gar keine so große Arbeit aber es muss erledigt werden. Den Aufwasch wegstellen, mal die Hausordnung machen, was auch immer kleine Sachen und dann sagt ihr ja ok das mache ich einfach irgendwann mal, aber ihr könnt das auch direkt sofort machen indem ihr einfach Euer Gehirn ausschaltet und sagt mach es einfach! Mach es jetzt einfach! Und umso häufiger ihr das tut umso häufiger ihr die Dinge einfach jetzt macht wo ihr sie realisiert wo sie in Eurer Bewusstheit sind und das dann abarbeitet umso mehr erledigt ihr automatisch irgendwann die Dinge die abgearbeitet werden müssen ohne groß nachzudenken und Eure Lebensqualität wird sich dadurch steigern weil ihr nicht im Hinterkopf habt, oh ich muss heute unbedingt noch die Hausordnung machen, sonst kommt wieder der böse Nachbar und sagt hey 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 Du musst die Hausordnung machen oder was auch immer. Die kleinen Dinge vor allem die kleinen Dinge macht sie einfach! Macht es einfach! Macht es einfach! Die kleinen Dinge im Leben macht sie einfach! Gehirn ausschalten sie einfach machen! Ich weiß das ist nicht so einfach wie sich das anhört aber es ist definitiv für jeden erlernbar. Ich habe es gelernt. Ich mache die kleinen Dinge die mache ich einfach und deshalb mach es einfach! Ich hoffe Du kannst Dir aus dieser Inspiration etwas mitnehmen, kurz und knackig heute weil was soll ich da noch groß drüber erzählen? Mach es einfach! Was soll ich das? Was soll ich das? Was soll ich das? Das macht大家! Wie soll ich das denn? Ich komme auf! Das macht mich großartig! Was soll ich das? Wirklichkeit! Und ich bin der Meinung nach! Und ich bin der Meinung nach!